Wenn wir akzeptieren, was ist, akzeptieren wir das Leben. Und in der Akzeptanz zum Leben erfahren wir uns lebendig. Immer wenn wir uns unlebendig erfahren, immer wenn wir uns zurückziehen in unsere Wohnzimmer oder in unsere Keller, dann sind wir in Ablehnung des Lebens. Und wer sich in Ablehnung des Lebens befindet, erfährt sich immer isoliert, getrennt, abgeschnitten von irgendetwas. Und dann erzählen wir uns immer wieder dieselbe Geschichte. Wir machen hierin immer wieder dieselbe Erfahrung. Und wer das Leben vollkommen annimmt, so wie es jetzt ist und nicht so, wie es sein sollte, der ist frei. Der ist frei von seinen eigenen Ideen über die Welt. Akzeptiere das Leben, wie es ist. Denn das, was du siehst, ist schon längst vergangen. Du siehst immer nur die Vergangenheit. Und wer von uns konnte schon jemals die Vergangenheit verändern. Wir können sie allerdings verändern, indem wir nicht mehr daran haften. Indem wir es vollständig akzeptieren. Vollständige Akzeptanz bedeutet, ich bin in Liebe. Und dort, wo Liebe ist, wird all das in die Ordnung zurückgeführt, was in unserem Denken in Unordnung ist. Akzeptiere alles, was ist. Wer alles akzeptiert, was ist, ist frei. Das ist, du könntest jetzt vielleicht sagen, ja, aber wie soll ich irgendjemanden akzeptieren, der mich betrogen hat, der mich belogen hat, der mich missbraucht hat, auf irgendeine Art und Weise. Und wie soll ich das gutheißen? Es dreht sich nicht darum, die Dinge gut zu heißen. Es dreht sich in erster Linie darum, erst mal in Frieden zu kommen und aus dieser friedlichen Geisteshaltung in die nächste Aktivität zu gelangen. Und dann wirst du das Richtige tun und nicht mehr in der Anschuldigung anderen gegenüber irgendetwas tun, was dich weiterhin verletzt. Das erste Gesetz, das wir einzuhalten haben, ist letztendlich zuerst zu schauen, dass wir in einen friedlichen Zustand kommen, unsere Widerstände aufgeben und die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Schreib sie ruhig mal hin. Okay, das ist, das ist, das ist. Schreib dir ein paar Punkte auf, sodass es aus deinem Geist rauskommt, auf Papier ist und dann kannst du das erst mal sehen. Und durch dieses Sehen kriegst du schon eine andere Perspektive. Und dann kannst du mehr und mehr die Situation akzeptieren. Es ist extrem wichtig. Ich habe mit vielen Menschen zu tun und die meisten leiden darunter, dass sie eine bestimmte Situation nicht akzeptieren konnten. Wir müssen das nicht mehr tun. Wir können auch heute etwas anderes erfahren.